Nimmt's schon auf? Ok, wir wollen euch mal zeigen, wie unsere kleine Rosalie den Daimler Benz 508 fährt. Ohne Servolenkung wohlgemerkt. Und sie hilft mir da sehr, weil ich ganz müde bin und angestrengt. Eine kleine Lenknetz. Ich muss auch noch Gas geben, Bremsen, Kuppeln und Gange. So. Rosalie ein bisschen nach rechts. Reicht schon. Links, 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 links. Ein bisschen mehr links. Bisschen viel, ok. Jetzt ein bisschen nach rechts. Stopp, reicht schon. Ein bisschen nach links. Stopp, reicht schon. So ist gut. Rosalie macht das Spaß. Ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach links, du musst auf die Straße gucken. Stopp, reicht. Das ist angehört wie so ein Flipper. Ein bisschen nach rechts, ein ganz bisschen nach hier. Rechts ist hier. Stopp, links. Weiter hier. Weiter hier. Weiter hier. Links, weiter links. Das ist anstrengend, Rosalie. Ja. Ein bisschen, ne? Ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach rechts. Stopp, reicht. Ein bisschen nach links. Ein bisschen nach links. Links, 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 links. Also manchmal muss man noch eingreifen, weil zumeist kann sich schon alleine. So, wo ist dann die Wand, oder? So ist okay. Ich wöre, danke. So wird's wichtig. Vielen Dank.